Herzlich Willkommen zur 15. Ausgabe von Calling Today. Die letzte Ausgabe, die 14. war glaube ich die Sommerausgabe, schon eine Weile her. Und ich glaube, die war auch vor und vor, round up. Seitdem ist viel passiert. Ich habe viele Themen gesammelt und auch rausgespickt aus diversen YouTube-Videos und möchte einfach ein bisschen was erzählen. Und zwar, als allererstes Thema möchte ich davon erzählen, dass wir beim Fall Roundup in Dachau beim EGTA Council ein ganz interessantes Thema hatten. Und zwar hatten wir das Thema, nach dem ganzen Blablab vorher, warum bist du eigentlich EGTA-Mitglied? Warum bist du zu EGTA gekommen? Und das fand ich echt ein gutes Thema. Manche haben geantwortet, ich selbst nicht, weil ich darüber nachdenken musste. Aber ich selbst bin zu EGTA gegangen, weil damals Kenny Reese, glaube ich, Präsident war und ich wollte unbedingt in dem Verein sein, wo auch Kenny ist. Und fand es toll, dabei zu sein. Ich finde es immer noch toll, dabei zu sein. Ich finde, es ist ein guter Verein. Und die Frage ist, können wir ja im Kommentar unten schreiben, warum bist du eigentlich Mitglied bei EGTA? Warum bist du dazugekommen? Das würde mich mal arg interessieren oder sehr interessieren, was da die Gründe ist. Vielleicht können wir da mal etwas zusammenschreiben, sammeln und gucken, was könnte man vielleicht bei der EGTA ändern, damit es wieder toller ist, so wie früher, weil früher war ja immer alles besser. Was nicht stimmt. Aber ich finde es mal interessant. Aber der eigentliche Grund ist, warum ich die Ausgabe bringe, ist, ich habe neue Mikrofone hier zum Anstecken, weil ich habe ja Calling Today on Tour gestartet. Das ist das, wo ich mit Kollegen im Auto durch die Gegend fahre. Ich hatte schon Jürgen Weißenborn, Christian Sorge, Chris Keller. Und im Februar kommt die Folge mit Sönke Wilz. Und da fahren wir so eine Tour und reden miteinander, sprechen. Und ich hatte da mega Tonprobleme irgendwie. Die Motorgeräusche waren zu laut. Dann hatte ich Funkmikros und die haben nicht so funktioniert. Und jetzt probiere ich eben kabelgebundene Mikrofone und bin gespannt, wie es funktioniert. Leider habe ich die Mikrofone zur nächsten Folge mit Sönke noch nicht gehabt, aber danach denn. Wenn wir schon bei dem Thema sind, ich wurde gefragt, nach welchen Kriterien suche ich eigentlich meine Beifahrer raus. Und da gibt es keine. Es gibt nicht nach dem Motto, das ist ein Big Name, deswegen nehme ich den, sondern angefangen habe ich natürlich mit Leuten, die ich kenne, Freunde, die halt gesagt haben, ja, da hätten wir mal Bock drauf. Und so suche ich mir einfach ein paar Kollegen raus, ohne großes Kriterium, was wie wo und fahre mit denen eine Runde. Und zu erzählen haben wir alle was, Erfahrungen haben wir alle und jeder hat eine Meinung. Und ich finde es einfach, es macht mega Spaß und ich hoffe, euch gefällt es auch. So, das zu dem Thema. Jetzt wollte ich mal erzählen, und zwar war ich Anfang Januar auf einer Student Party im Raum Stuttgart und es hat Spaß gemacht, ich mag Student Partys und ich war allerdings nur auf Durchreise und bin zum Workshop gekommen. Das Workshop-Thema war Circulates, das kennen wir ja alle, Circulates sind immer ganz wichtig und finde ich auch gut, ich selber bemesse die Qualität der Tänze daran, wie gut sie mit Circulates umgehen können, weil das beschäftigt uns ja an jedem Level. Und gemacht wurde natürlich All-Aid Circulate, Center Circulate, End Circulate. Wir hatten Circulates aus Facing Dancer, bin ich jetzt nicht so der größte Fan mit Students, von weil ich es irgendwie nicht so nötig finde für die. Und der zweite Part war Circle to Over Line, den ich mitbekommen habe. Und da hat der Corlo schön mit dem Bodyflow, Lead Rides, Circulate Over Line, hat es gut erklärt, alles gut gemacht. Und als Steigerung von Circulate Over Line hat er das gemacht mit Sashade Arrangement, also Mann rechts, Frau links. Und das fand ich jetzt für Students nicht so dolle, weil das bringt ja nicht viel, das verwirrt sie nur. Ich glaube, da kann man andere Dinge machen. Dabei kam mir die Idee, weil ich habe selber schon ewig keine Workshops mehr im Basic gemacht, gemacht, aber ich muss oft an den Podcast von Martin und Peter denken und dachte, warum macht man nicht mal einen Workshop mit Students, gerade was Styling betrifft oder Handhaltung und auch Anzahl der Schritte für Figuren. Wir kennen ja Lines Forward and Back, die meisten tanzen Lines Forward and Back in zwei Schritten vor, wippen, zurück, wippen. Aber eigentlich hat ein normales Lines Forward and Back aus einer Facing Line acht Schritte. Vier vor, vier zurück, macht keiner. Liegt aber vielleicht nicht daran, dass die Tänzer zu blöd sind, es zu machen, sondern wir Caller geben den Tänzern ja auch gar nicht genügend Zeit, um das überhaupt so machen zu können, würden sie es denn machen wollen. Aber das wäre was, wo man so workshoppen könnte. Wie viele Schritte hat ein Do-Sa-Do oder ein Square-Through etc. pp. Ich glaube, das würde gar nicht schaden, wenn man das den Students in der Phase, wo sie es quasi für ihre Square-Dance-Karriere lernen, vielleicht mal erklärt. Ein anderes Beispiel ist Handhaltung. Wenn ich irgendwo tanzen bin und der Caller callt eben, oder die Callerin, Boys make a right hand star. Dann kommen fast alle Boys her und schnappen das Handgelenk oder packen es so, wenn wir vorwärts gehen. Und ich meine, man möge mich mit Warteböhrchen bewerfen, wenn es falsch ist, aber ich glaube, also man macht einen Stern mit der Hand und nicht mit den Handgelenken. Und man müsste vielleicht einfach mal in der Class darauf eingehen, wie man die Hände wo hält und wie viele Schritte man für was braucht. Das wäre vielleicht einfach mal ein Workshop, als immer mit den Circulates zu arbeiten. Auf der gleichen Veranstaltung musste ich mich echt ärgern. Also es hat mich wirklich geärgert. Der Caller, der gecallt hat, den schätze ich sehr. Ich finde ihn gut. Ich mag ihn auch menschlich. Und wenn ich irgendwelche Veranstaltungen, Chamborys organisiere, ist er auch immer auf meinem Programm, weil ich finde, er callt gut. Und da hat er allerdings was gemacht, was ich echt deplatziert fand. Der hat gecallt, four ladies chain, roll away, roll away, four ladies chain, everybody home. Im Singencall, also nach dem Workshop, der komplette Flor stand, alle, auch ich, alle haben was gedacht, was will er denn? Achso, home, jeder hat einen Partner. Jeder dachte, was soll denn das? Wir sind doch nicht daheim, das stimmt doch gar nicht. Und er hat ihn aufgeklärt und ich muss wirklich leider sagen, so oberlehrerhaft. So nach dem Motto, ihr wisst doch, wenn es heißt four ladies chain, roll away, dann heißt es danach nicht join hands circle. So, wir haben natürlich, weil wir das im Singencall so gewohnt sind, ich rede immer noch von einer Student-Veranstaltung, einen Kreis gebildet und haben im Kreis eben als Mann die nächste Frau rübergerollt. Was er aber wollte war, four ladies chain, roll away, danach sind wir ein such-shade-Couple und dann nochmal roll away, wo dann quasi die Frau den Mann rüberrollt. Dann sind wir wieder normal und dann four ladies chain und dann sind alle daheim. Erstens hat er nicht gesagt, roll away, girl, roll the boy away, das wäre vielleicht eine Hilfe gewesen. Und er hat auch, ich weiß nicht, ich finde die Idee für einen Mainstream-Workshop oder Mainstream-Part mit ein bisschen mehr Anspruch auf solche Details gut, für Students finde ich es ultra deplatziert. Ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, warum musst du dir jetzt beweisen, wie toll du bist und uns allen eine Watschen geben. Das fand ich so unnötig. Ich finde, der Singencall hat für mich immer noch den Fokus auf, schön, dass ihr so gut getanzt habt, ich freue mich und jetzt kriegt er den Singencall quasi als Geschenk. Und er hat uns wirklich eine Watschen verpasst mit diesen Dingen. Er hat es nicht geworkshoppt und ich persönlich hatte danach auch keinen Bock mehr, aber ich dachte, was, ich brauche mich doch vom Caller nicht verarschen lassen. Und ich fand es echt unnötig. Und die Art, wie er es danach erklärt hat, so wirklich oberlehrerhaft. Und ich mag ihn, fand ich völlig daneben. Ich habe für den Abend beschlossen, bei dem tanze ich nicht mehr. Hat keinen Spaß gemacht. Ich fand es wirklich unnötig. Ich finde, im Singencall geht es um Spaß. Die Tänzer sollen sich bewegen, zur Musik sollen einen erfolgreichen Abschluss der Squedernsrunde haben. Und ich finde, da kann man auch mit zu Dingen wie Sachen, wo man automatisch macht, auch wenn man sie vielleicht nicht machen sollte, arbeiten. Wenn man wirklich sagt, Four Ladies Chain, Roll Away, Circle Left, Roll Away. Das sind so Dinge, die haben wir im Kopf. Da müssen wir nicht nachdenken. Aber sowas finde ich voll daneben. Und das hat mich wirklich sehr geärgert. Und das fand ich auch nicht toll. Aber gut. Jetzt würde ich gerne über etwas reden. Das habe ich auf YouTube gesehen. Ich glaube, Anna Thunhäuser hat es gekonnt. Und ich fand es mega. Und zwar, wir hatten einen Static Square. Alle daheim. Und ich sage jetzt Heads Past the Ocean. Da haben wir Boy, Girl, Girl, Boy. Und dann Swing Through, Reach Out, Star Through. Ja, also wir machen halb rechts, Boys halb links. Und dann statt auf der rechten Hand mit der Frau zu landen, machen wir einen Star Through. Bisschen schöner von den Händen hätte ich gesagt. Swing Through, Reach Out, Slide Through. Das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen schöner gewesen. Weil die Frau muss für das Star Through so ein bisschen rüberlangen. Das ist jetzt nicht so komfortabel. Aber ich finde es schön. Also Idee ist, wir haben Facing Dancer, Normal Couples, Pass the Ocean, Swing Through, Reach Out, Slide Through. Und dann vielleicht Partner Trade. Dann haben wir wieder normale Lines. Ist ganz nett. Ich habe es getanzt und noch nicht gecallt. Aber mir hat es gefallen. Deswegen dachte ich, ich muss euch das erzählen. Und da fällt mir schon auch ein weiteres Beispiel ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das Joachim Rünberg oder Lorenz Kuhli gecallt hatte. Aber es war auf das Brinkschirm oder in den Kuchen. Und die hatten was gemacht. Und zwar Turn Through, Finish Like a Slide Through. Also das heißt, wir machen ein normales Turn Through bis zur Hälfte. Und statt Turn Through mit dem Pass Through zu beenden, machen wir ein Slide Through. Fand ich mega. Lässt sich richtig schön tanzen. Kann man richtig tolle Dinge machen. Und ich fand es mega. Deswegen dachte ich, ich erzähle euch das einfach mal ein bisschen mit dem Turn Through, Finish Like a Slide Through. So, in einer Folge Calling Today on Tour hatte ich, ich glaube, das war mit dem Jürgen Weissenborn, hatte ich über die Figur Load the Boat mit ihm gesprochen. Und ich finde Load the Boat toll. Und wir hatten da mit dem Workshop ein bisschen gesprochen. Aber wir sind nicht tiefer drauf eingegangen. Und deswegen dachte ich, jetzt erzähle ich ihm ein bisschen was über Load the Boat. Ich selber mag Load the Boat. Das ist eine schöne Figur. Und ich starte aber Load the Boat gerne mal aus unterschiedlichen komischen Formationen. Und ein Beispiel wäre, wir sind alle daheim. Ich sage, Heads, Start Through. Und Sides, Face, Partner. Sondern gucken die Sides sich an. Und die Heads haben in der Mitte eine Box und gucken den Opposite an. Und dann sage ich Load the Boat. Das heißt, die Sides machen außenrum den End-Part von Load the Boat. Und die Heads machen in der Mitte den Sender-Part von Load the Boat. Ich glaube, die Startformation heißt T-Bone. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist so eine Startformation, wo für manche Tänzer echt ungewöhnlich ist. Oder kennen sie halt einfach nicht. Eine weitere Startformation sind Tidal Ocean Waves. Also wir haben wieder ein Static Square. Heads, der Forward, Face, Corner. Everybody past the Ocean. Dann haben wir diese ewig lange Ocean Wave. Und dann kannst du aus der Tidal Ocean Wave ein Load the Boat callen. Aber Vorsicht, nicht einfach callen. Weil die Tänzer haben Ultraschwierigkeiten zu erkennen, wo sie sind. Und die äußeren vier Tänzer, also in dem Fall wäre es Boy, Girl, Girl, Boy, ist es so, dass die zwei Tänzer am Ende oft nicht erkennen, beziehungsweise der Nummer zwei, dass er eigentlich auch am Ende ist. Dass er quasi den End-Part laufen muss. Er fühlt sich wie in der Mitte, dadurch, dass er beide Hände belegt hat. Deswegen call ich das nie kalt. Das wäre unfair den Tänzern gegenüber. Sondern ich mach quasi, sag everybody, take a step back, make a line, make a normal line. Und dann sehen sie, wo sie ja stehen. Und dann sage ich, now go back to the Tidal Ocean Wave. Und ich benenne es auch Tidal Ocean Wave, damit die Tänzer auch die Formation kennen. Und wenn du dann load the boat callst, dann ist es für die meisten Tänzer leichter zu sehen, wo sie sind. Weil wenn du einfach so load the boat callst und die Tänzer explodieren, dann hast du ja nichts gewonnen. Hast nichts davon. Das ist wie bei dem Beispiel mit 4 ladies chain, roll away, roll away, 4 ladies chain. Das ist toll, wenn du zeigst, wie gut du callen kannst. Aber am Schluss müssen die Tänzer gewinnen. Das heißt, am Schluss ist der Sieger der Tänzer und nicht der Caller. Da haben wir nichts davon. Schöner ist natürlich, wenn der Caller und die Tänzer sich gegenseitig aufpushen und zeigen, was sie können. Und am Schluss sind alle glücklich. Wenn du aber solche Dinge wie load the boat, das Tidal Ocean Wave, wenn wir reden vom Plus, einfach so callst. Oder dieses 4 ladies chain, roll away, roll away, 4 ladies chain machst. Dann ist es nicht schön für die Tänzer, weil du zeigst ihnen einfach, was sie nicht können. Und ich finde, wir sollten den Tänzern zeigen, was sie können. Wenn ich jetzt A call, ist das was anderes. A erwarte ich von den Tänzern, dass sie sowas wissen. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich gerne als Workshop, Workshope, abgesehen von Styling und Handhaltung etc. pp. ist, ich call gerne mit 4 ladies chain oder 2 ladies chain. Und ich habe letztens einen Workshop gecallt, das war in Hamburg. Und ich glaube, da war ein Student sogar dabei. Aber es war keine Student-Veranstaltung. Da habe ich gecallt. Head ladies chain, 3 quarters, side boy, courtesy turn, head lady. Und dann haben wir quasi auf der Side-Position drei Tänzer. Und auf der Head-Position der Lonesome Boy, der halt alleine steht. Und das ist einsteigend tue ich immer so, dass ich zu den Tänzen sage, zu den Ladies primär. Meine Damen, ihr bekommt eine schwere Aufgabe. Ihr müsst jetzt bis 3 zählen können. Und der dritte Boy ist eure Auswahl. Falls ihr euch wundert, was ich da mal mache. Ich habe so dieses Kabel-Chaos ein bisschen. Okay, dann erkläre ich immer meinen Namen. Ihr müsst bis 3 zählen können. Solltet ihr blond sein, könnt ihr um Hilfe fragen. Das sage ich natürlich nicht. Und sage halt, 4 ladies, Head ladies chain, 3 quarters, side boy, courtesy turn, Head lady. Dann hat der Mann zwei Frauen, der Glückliche. Und was ich denn gerne mache, ist sage, okay, ladies work as one person. Also arbeitet als eine Person. Ihr seid jetzt quasi keine zwei Frauen mehr, sondern ihr seid der zweiteine. Und dann sage ich, side boy with the two ladies, pass through. Bei dem pass through könnte man noch normal arbeiten. Man kann es aber auch als Pärchen machen lassen. Im A1 nehmen wir das as couple. Und dann sage ich, side boy with the two ladies, California twirl. Das ist immer ein Lacher. Der Mann muss einen großen Arm machen, damit die Frauen unten durchpassen. Das macht immer Spaß. Oder ich sage dann so Dinge wie, dos on the size, right and left through. Ja, side boy, courtesy turn two ladies. Ist auch immer lustig. Um das Ding aufzulösen, ist es ganz einfach. Du sagst einfach, side boy, half sachet with one girl. Ja, dann hat der side boy quasi auf der linken Seite eine Frau und auf der rechten Seite eine Frau. Und der Head boy ist immer noch alleine. Der Clou ist aber, durch dieses sachet kommt quasi die Head-Frau auf die linke Seite von den Side-Mann. Und wenn sie dann nach links guckt, sieht sie den Originalpartner. Das heißt, im Prinzip sind wir wieder alles in Sequence. Jeder hat seinen Partner. Wenn der dann einen Circle left macht, ist wieder alles normal. Was ich dann gerne mache, ist, ich sage, head ladies, chain three quarters, side boy, courtesy turn, head lady and head sachet. Okay, da haben wir wieder eine Frau links, der Mann in der Mitte, die nächste Frau rechts. Und dann kannst du wieder sagen, line of six, forward and back. Und line of six, pass through. Und dann sage ich, side boy, take the girl, in dem Fall die Head-Frau, on the left hand with you. Nimm sie mit. California twirl with a partner. Das heißt, der side boy macht rechts von seinem Partner California twirl, nimmt aber die Frau mit. Das sieht auch immer lustig aus. Also mache ich halt, also meine Reihenfolge ist, head ladies, chain three quarters, side boy, courtesy turn, head lady, half sachet. Und dann line of six, forward and back. Dann haben die sechs sich identifiziert. Line of six, pass through. Side boy, take the head girl with you. California twirl. Line of six, forward and back, whatever. Und dann nochmal, line of six, pass through, side boy, take the head girl with you. California twirl. Und dann ist der Head-Boy eingeschlafen, weil der hat lange nichts getan. Das heißt, wir dürfen den nicht vergessen. Das heißt, ich baue zwischendrin ein, head boy, forward and back. Latschen sie halt forward und zurück. Oder head boys, do, sa, do. Das sind so Dinge, da erfahrene Tänzer denken sich, jetzt darf ich ewig lang laufen, um wieder zurück zu kommen. Und deswegen mache ich so Dinge wie, lonesome boy, head boy, take two steps, go two steps forward, face right, and then squeeze with the sides. Dann haben wir quasi so ein squeeze und ein big squeeze. Dann haben wir so ein bisschen beschäftigt und dann go back. So, und dann sind sie alle wieder daheim. Oder ich sage, lonesome boy, pass through and then to the right, also nach rechts, separate around three Tänzer, um drei herum, quasi um die ganzen drei Sides, Tänzer. Also, hook on to the end of the line, step forward, everybody, element left. Haben wir so aufgelöst, dann right and left, grand or the girl pushed the boy backwards home, dann sind wir schneller zurück. Das sind so Dinge, so arbeite ich gerne. Und wenn ich das mit den Side Ladies gemacht habe, dann kommt quasi in der zweiten Runde, Side Ladies Chain, three quarters, head boy, könnte sie töten, dann hat der Headband mal zwei Frauen. Und da kann man so Dinge machen wie, jetzt kannst du glücklich sein, du hast jetzt zwei Frauen an deiner Seite oder schaffst du das mit zwei Frauen und sowas. Da kann man ganz einen Workshop mit befüllen. Und der Vorteil ist, du hast nichts, was sich aufeinander aufbaut, wo abhängig ist von dem davor. Das heißt, wenn du einen Workshop hast auf der Chamboree oder du hast eine Stunde, einen Workshop Part und du kannst ja von den Tänzern nicht verlangen, dass sie immer tanzen, sondern manchmal sagt ein Tänzer, ich steige jetzt ein. Und wenn du dann was machst, wo der Tänzer davor hätte tanzen sollen, dann wird es immer schwierig. Und bei diesen two ladies chain, three quarters etc., da kannst du im Prinzip unabhängige Tipps voneinander machen. Und du kannst den Tänzern klar machen, wo ist drei Viertel, da haben wir immer Schwierigkeiten. Und mit diesem Chain und mit dieser Dreier-Konstellation, da kannst du echt nette Sachen machen. Du kannst ja auch die sechs Tänzer in eine Column reinbringen. Dann musst du halt darauf achten, dass du die sechs Tänzer nicht zu lange am Stück beschäftigst, damit der Boy, der jetzt einzeln da steht, sich zu Tode langweilt und denkt, das hätte ich mir auch einen Stuhl holen können oder ich hole mir einen Kaffee zwischendurch. Sondern vergiss den nicht, lass den mal mitarbeiten, da kann man vieles machen. So, als letzten Punkt, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen möchte, ist in dem Fall eine Plus-Figur. Also, ich hatte in Dachau das Vergnügen mit Patti Bönke Plus zu callen, hat Spaß gemacht, ist ein toller Kollege. Und als meine Plus-Runde war, habe ich gecallt, Explode Ant. Ich habe nicht Explode the Wave gecallt, sondern Explode Ant. Und fast alle Tänzer haben Explode the Wave getanzt. Als wäre es selbstverständlich, dabei habe ich es gar nicht gesagt. Das heißt, mir ist aufgefallen, dass dadurch, dass wir wohl, da muss ich mich auch an meine eigene Liste packen, immer nur Explode the Wave callen, die Tänzer gar nicht wissen oder nicht im Bewusstsein haben, dass es Explode Ant auch gibt. Das heißt, ich habe für mich damit mitgenommen und vorgenommen, okay, Explode Ant sollte ich öfters mal callen, damit die Tänzer nicht vergessen, dass es nicht immer nur Explode the Wave ist, sondern dass es auch mal Explode Ant sein kann. Explode Ant, Touch von Quarter. Bescheuert ist natürlich, wenn du sagst, Explode Ant, Ride, Pull, By. Das ist natürlich Blödsinn, weil dann ist es wie ein Explode the Wave. Das ist vielleicht ein Lacher, aber jetzt nicht so wirklich so sinnerfüllend. Das heißt, im Prinzip habe ich für mich mitgenommen, okay, manchmal sollte man normale Routinen, die man so macht, mal brechen und eventuell gucken, dass man Dinge callt, die man auch mal nicht callt. Das kann man auch in Mainz zum Runde brechen. Dass man vielleicht mal Figuren callt, die man selten callt. Für mich gehört da zum Beispiel Split to Separate. Das mache ich irgendwie ganz selten. Nicht warum, aber es ist einfach so. Oder Walk around the Corner. Ich mag das nicht. Das ist so ein altes Ding. Aber wenn man es nie macht, dann wissen die Tänzer das nicht. So, jetzt haben wir viel über Figuren gesprochen. Über die ganzen Figuren, die ich gesprochen habe, mache ich auch Notes. Die stehen da unten drunter. Ich mache auch noch Singen-Call-Empfehlungen drei Stück und Petter-Call-Empfehlungen drei Stück, damit ihr so ein bisschen was mitnehmen könnt. Am 11. Februar, ich glaube um 15.35 Uhr, kommt die neue Folge von Calling Today mit Sönke Wils aus Hamburg. Solltest du auch mal Lust haben, mit mir so eine Tour zu machen, melde dich bei mir. Ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet und ich mit euch fahren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und die 16. Folge wird folgen. Bis dann. 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 Vielen Dank.